Als ich das letzte Mal mit der Kamera unterwegs war, habe ich diese Springspinne gefunden. Was dann passiert ist, war unglaublich, aber schau selbst. Springspinnen sind sehr faszinierende Tiere. Deswegen bin ich heute in einen Lebensraum gegangen, wo es eine der größten Springspinnen Europas gibt. Diese Spinnen sieht man normalerweise hier auf diesen Steinen herumlaufen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich allerdings nur diese haarige Raupe gefunden. Das ist eine Lymantria dispa. Ihre Haare können auf der Haut juckende Ausschläge verursachen. Deswegen sollte man sie lieber nicht anfassen. Man erkennt diese Art ganz leicht an diesen roten und blauen Flecken auf ihrer Oberseite. Ich muss hier gut aufpassen, wo ich hinfasse. Hier leben auch giftige Schlangen. Nur ein paar Meter weiter neben der Raupe war diese Viper, ein ausgewachsenes Weibchen, vermutlich trächtig. Diese Schlange war das erste Highlight des Tages. Das zweite kommt noch. Als ich meine Suche nach der Springspinne fortgesetzt habe, flog mir dieses Taubenschwänzchen über den Weg. Dieses Tier findet man auch in Deutschland. Hast du es schon mal gesehen? Es sieht ein bisschen wie ein Kolibri aus. Tatsächlich ist es aber ein Schmetterling. Ich habe weiter Steine abgesucht und dabei diesen Skorpion entdeckt. Das ist ein italienischer Skorpion. Sein Stich ist schmerzhaft, aber nicht besonders gefährlich. Ich wurde als Kind mal gestochen. Passiert ist mir dabei nichts. Es ist sehr ungewöhnlich, dass man zu dieser Tageszeit Skorpione findet. Normalerweise sind sie nachtaktiv. Nach längerem Herumsuchen habe ich dann endlich auch noch eine solche Springspinne gefunden. Das ist eine weibliche Phileus chrysops. Weißt du, wie man erkennt, dass es ein Weibchen ist? Ganz einfach. Die Männchen sehen vollkommen anders aus. Diese Spinnen jagen hier nach Fliegen. Die Männchen sehen. Alleine das zu beobachten war schon richtig cool. Dann passierte aber noch etwas viel Interessanteres. Plötzlich tauchte eine Ameise auf und versuchte der Spinne die Fliege zu entreißen. Schau mal, wie winzig die Ameise im Vergleich zur Spinne ist. Gegen ein so viel größeres Tier hat auch eine Ameise keine Chance. Die Spinne könnte die Ameise mit Leichtigkeit überwältigen. Doch sie entschließt sich, der Ameise aus dem Weg zu gehen. Eine andere europäische Spinne ist diese hier. Ich habe sie mir als Haustier zugelegt. Eines Tages verschwand sie spurlos. Was dann passiert ist, lässt viele in einem kalten Schauer über den Rücken laufen. Willst du wissen, was los war? Wenn ja, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.